Als das Weltraumteleskop ein Foto machen will, verhindert das Licht des nahen Sterns die Sicht. Das Teleskop hat jedoch einen Trick in petto, einen riesigen Blendschutz. Dieser knapp 35 Meter große Sternenschirm lässt sich auf weniger als 2,5 Meter zusammenfalten, klein genug zum Transport in einer Rakete. Sein kompaktes Design beruht auf einer alten japanischen Kunstform, Origami, was wörtlich übersetzt Papierfalten bedeutet. Diese Technik reicht mindestens bis ins 17. Jahrhundert zurück. Beim Origami kann man mit demselben einfachen Konzept in etwa 20 Schritten einen Papierkranich, in über 1000 Schritten diesen Drachen oder auch einen Sternenschirm herstellen. Ein einzelnes, meist quadratisches Blatt Papier kann allein durch Falten in fast jede beliebige Form gebracht werden. Entfaltet man das Blatt wieder, ergibt sich ein Muster aus Linien. Jede Linie ist entweder eine konkave Talfalte oder eine konvexe Bergfalte. Origami-Künstler ordnen diese Linien zu Faltmustern an, die als Vorlage für ihre Entwürfe dienen. Obwohl die meisten Modelle dreidimensional sind, lassen sich deren Faltmuster in der Regel flachfalten, sodass weder neue Falten noch Schnitte nötig sind. Die mathematischen Regeln hinter flachfaltbaren Faltmustern sind viel einfacher als die hinter 3D-Faltmustern. Deshalb wird zunächst ein 2D-Entwurf gestaltet, der dann in eine 3D-Form gebracht wird. Für jedes flachfaltbare Faltmuster gibt es vier Regeln. Erstens muss das Faltmuster zweifarbig einfärbbar sein. Das heißt, die Bereiche zwischen den Falten lassen sich mit zwei Farben ausfüllen, ohne dass sich die Bereiche der gleichen Farbe berühren. Würde man hier eine Falte hinzufügen, wäre diese Möglichkeit nicht mehr gegeben. Zweitens muss sich die Anzahl der Berg- und Talfalten an jedem inneren Scheitelpunkt um genau zwei unterscheiden, wie die drei Talfalten und die eine Bergfalte, die sich hier treffen. Sehen wir uns mal genauer an, was passiert, wenn wir die Falten an diesem Scheitelpunkt verändern. Fügen wir hier eine Bergfalte ein, haben wir drei Täler und zwei Berge. Bei einer Talfalte wären es vier Täler und ein Berg. So oder so, das Modell lässt sich nicht flachfalten. Die dritte Regel besagt, wenn wir alle Winkel an einem inneren Scheitelpunkt in oder gegen den Uhrzeigersinn nummerieren, müssen die Winkel mit den geraden Zahlen in der Summe 180 Grad ergeben, ebenso wie die Winkel mit den ungeraden Zahlen. Betrachten wir die Falten einmal genauer, um zu sehen, warum. Fügen wir eine Falte hinzu und nummerieren die neuen Winkel an diesem Scheitelpunkt, ergeben die geraden und ungeraden Winkel nicht mehr 180 Grad und man kann das Modell nicht flachfalten. Schließlich darf keine Schicht über einer Falte liegen. Eine flachfaltbare 2D-Basis ist oft eine abstrakte Darstellung einer endgültigen 3D-Form. Durch das Verständnis der Beziehung zwischen Faltmuster, 2D-Basis und der endgültigen 3D-Form können Origami-Künstler unglaublich komplexe Gebilde schaffen. Das ist das Faltmuster des Origami-Künstlers Robert J. Lang. Es besteht aus den Bereichen für Beine, Schwanz und andere Gliedmaßen eines Lebewesens. Wenn wir das Muster in so eine flache Basis falten, werden daraus alles separate Bereiche. Durch Verkleinern, Biegen und Formen dieser Bereiche wird aus der 2D-Basis ein 3D-Skorpion. Was wäre nun, wenn wir sieben dieser Blumen aus demselben Blatt Papier falten wollten? Wenn wir das Faltmuster der Blume duplizieren und jedes so verbinden, dass die vier Faltgesetze erfüllt sind, erhalten wir eine Paketierung, also ein sich wiederholendes Formmuster, das eine Ebene ohne Lücken oder Überlappungen bedeckt. Die Fähigkeit, große Flächen in kompakte Formen zu falten, wird in den Weiten des Weltraums genauso genutzt wie in der mikroskopischen Welt unserer Zellen. Dank der Origami-Prinzipien haben Medizintechniker den traditionellen Standgraft, eine Röhre zum Öffnen und Stützen beschädigter Blutgefäße, neu erfunden. Durch Parkettierung lässt sich die starre röhrenförmige Struktur auf etwa die Hälfte ihrer expandierten Größe zusammenfalten. Origami-Prinzipien wurden bereits für Airbags, Solaranlagen, selbstfaltende Roboter und sogar DNA-Nanostrukturen verwendet. Wer weiß, was sich noch alles daraus entfalten wird. Warum hatten japanische Fischerboote des 19. Jahrhunderts Druckvorrichtungen? Erfahre in diesem Video mehr über Gyotaku, ein Verfahren, bei dem Tintenabdrücke von frisch gefangenem Fisch hergestellt werden. Untertitelung des ZDF für funk, 2017